Mein Name ist Helga Lehner und ich komme aus dem Weinviertel. Bis zu meiner Pensionierung war ich als Kindergartendirektorin in meinem Heimatort tätig. Und seither bin ich auch jetzt Mitglied der Selbsthilfegruppe Multiples Myelom. Für meine Schwester Dina, seit 30 Jahren lebst du mit dem Fremdkörper Multiples Myelom und ich versuche trotz der weiten Entfernung immer für dich da zu sein und dich zu unterstützen. Du erträgst deine Krankheit mit so viel Geduld und genießt dein Leben in voller Freude und Zufriedenheit. Ich bewundere dich so sehr, ich bin so stolz auf dich. Viele schöne Augenblicke erlebst du in deiner Familie und auf Kreuzfahrten, die für dich ein wahrer Lebensquell geworden sind. Trotz Entfernung bist du immer in meinen Gedanken und in meinem Herzen. Schön, dass es dich gibt. Bleib so wie du bist.